Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen hier zu diesem kleinen YouTube-Video-Tutorial Trading Lernen, 321 Mainz, vom Windschatten der Big Player profitieren. Mein Name ist Jens Klatt, ich bin der Gefundener von jk-trading.com und im folgenden wollen wir uns einem Play, einem Second Day Play in NIO widmen. 321, daraus kannst du schon so zwischen den Zeilen irgendwie erkennen. Beim ersten Trade ist es vielleicht nicht geklappt, beim zweiten vielleicht auch nicht so, aber der dritte, der hat dann tatsächlich getroffen und genau so ist es an dieser Stelle. Wir wollen uns einem Play widmen, welches in meinem Strategieportfolio in Bezug auf US Equities tatsächlich eins der profitabelsten Setups ist, eins, was ich sehr, sehr gerne trade, weil es auch zu meinem Charakter, zu meinem Typ als Trader eigentlich einfach relativ gut passt, weil es ruhig ist, beziehungsweise weil es erfordert, dass man eben sich am Vortag intensiv mit der jeweils zu betrachtenden Aktie auseinandersetzt und dann am darauffolgenden Tag ausgehend von den Beobachtungen und den jeweils identifizierbaren Leveln entsprechend eben seine Spots sucht und auch entsprechend findet. Dass es NIO geworden ist an der Stelle, ist ein bisschen überraschend, muss ich ganz ehrlich gestehen, denn NIO hatte ich gar nicht mal so sehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt, also zumindest nicht ausgehend von meiner wöchentlichen, wochenendlichen Vorbereitung auf den Handel. Es ist so gewesen, dass wir hier eine vermutlich sehr stark technische Reaktion gehabt haben, kein fundamentaler Katalysator, aber die Aktie hat eben über 15% am Vortag zugelegt, hat im Bereich der Tageshochs geschlossen. Sehr beaten down der Name, also grundsätzlich eigentlich möchte man es fast sagen, wie fast alle chinesischen ADRs, also natürlich chinesische Unternehmen, die dort an US-amerikanischen Börsenplätzen gelistet sind. Das hat damit zu tun, dass eben die chinesische Regierung, Regulierung und dergleichen dort entsprechend eben in Anführungsstrichen so ein bisschen die Daumenschrauben angelegt haben. Weniger bei NIO selbst, als eigentlich eher so bei Online-Lernausbildungsplattformen beispielsweise, Stichwort EDU oder TAL, die hatten wir auch schon mal in einigen Tutorials in der Vergangenheit hier zum Thema gemacht. Naja, und auf jeden Fall kann sich dann allerdings auch eine NIO dem Abgabedruck nicht entziehen, hat aber jetzt eine sehr starke Reaktion gesehen. Vielleicht auch ein bisschen getragen von einer sehr starken technischen Reaktion in seinem US-amerikanischen Pendant Tesla. Und ausgehend hiervon habe ich dann eben eine Trade-Hypothese formulieren können und habe den Trade entsprechend umsetzen können. Und ich hoffe, dass ich jetzt im Folgenden nicht nur meine Gedanken hier sauber super präsentieren kann, sondern dass du auch für dein Trading in Zukunft eben dann davon profitieren kannst und für dich selber ausgehend von diesem Second-Day-Play vielleicht sogar Trade-Hypothesen in der Lage bist zu formulieren. Blicken wir zunächst einmal auf die Strategie. Wir hatten diverse Second-Day-Plays schon in der Vergangenheit hier in diversen Tutorials zum Thema gemacht und in diesem Zusammenhang eben dann ist ja auch diese Strategie eben tatsächlich schon Thema gewesen. Ich will da aber dennoch nochmal einmal, weil das ist auch schon ein bisschen länger her, so ein paar Monate, dass das letzte Second-Day-Play hier als Tutorial eingelaufen ist, noch einmal ganz kurz die Gedanken hier, die dem zugrunde liegen, ins Gedächtnis rufen. Also zum einen, wie gewohnt, das gilt auch bei Earnings-Plays, die betrachtete Aktie, die wir traden, die sollte heiß sein. Also da sollte umgehen, da sollte Volumen sein, da sollte Interesse darauf gerichtet sein. Ich habe in diesem Zusammenhang einen Blogartikel verfasst, den findest du auch übrigens auf meiner Webseite. Für weitere Details unten in der Description-Box dieses Videos wirst du diesbezüglich dort fündig. Schau da einfach mal rein, was heiß ist. Wir gehen die Kriterien durch und ich werde dir dann jetzt hier Hand an Hand, oder an Hand meines Parameter-Kataloges, so möchte ich es mal formulieren, darlegen, wann eine Aktie für mich heiß ist. In diesem Zusammenhang ist wichtig für diese Strategie grundsätzlich, dass die Aktie am Vortag eine Tageshandelsspanne von mindestens einer ATR gehabt haben muss. Beändert sich vielleicht auch ATR? Auch das hatten wir mal im Tutorial zum Thema gemacht. Die ATR, die ziehe ich dann eben heran, um zu sehen, auch wie groß ist das potenzielle Potenzial, das Potenzial, die Möglichkeit, der Raum, den die Aktie noch hat, nach dann eben entsprechend einem signifikanten Gap-Up beispielsweise, um dann auch entsprechend mit meinem Stop-Management zu agieren, beziehungsweise mit meinen Take-Profit-Leveln, sofern sich der Trade für mich entwickelt, zu arbeiten. Das werden wir auch im Folgenden hier in diesem Trade beispielsweise sehen, was dazu geführt hat, zum Beispiel, dass ich aggressiver geworden bin mit meinem Stop, aber auch wiederum nicht zu aggressiv, weil ich eben auf der Oberseite noch einiges an Potenzial irgendwie gesehen habe. Das hat sich dann, ist nicht ausgegangen. Der Grund eben für dieses aggressivere Stop-Management war die ATR. In dem Fall ist die ATR für uns erstmal eine Schlüsselkomponente, nicht zum Trade-Management, sondern erstmal die Trade-Hypothese zu formulieren. Also ich möchte mindestens gesehen haben, dass die Aktie vorher einer ATR eben gelaufen ist. Was wir dann sehen wollen, ist, dass die Aktie innerhalb der oberen, beziehungsweise unteren, in dem Fall der oberen, 25% der Handelsspanne am Vortag geschlossen hat. Und das ist im Grunde genommen ein Zeichen, dass fortwährend, und da kommen die Big Player ins Spiel, fortwährend Nachfrage über den gesamten Handelstag in die Aktie geflossen ist und fortwährend bis in den Abend hinein auch diese Nachfrage entsprechend gegeben war. Vielleicht gab es zwischenzeitlich mal einen kleinen sogenannten Pull-In, dass der Markt zum Beispiel starke Eröffnungen sieht, einen starken Move auf der Oberseite, dann überrollt, und diese starke Eröffnung könnte dann eine ATR Plus beispielsweise betreffen, dann überrollt, aber sich oberhalb zum Beispiel vom Volumen gewichteten Durchschnittspreis, auch dazu ja einen Blogartikel, den du in der Escription-Box findest, auch ein Video-Tutorial, was wir dazu schon mal gemacht haben, was das ist, dieser volumengewichtete Durchschnittspreis, sich oberhalb halten kann und dann wieder aufdreht und den Abend hinein, die sich wieder unter möglichst anziehendem Volumen in Richtung der Tageshochs orientiert. Das ist ein Zeichen, dass fortwährend institutionelle Nachfrage nachkommt, dass also diese Big Player offensichtlich zu schaffen sind, am Arbeiten sind. Das, was in dem Fall jetzt, wie gesagt, speziell ist, das ist erstmal eine grobe Herangehensweise, also was du eigentlich sehen möchtest, was wir in dem Fall eben nicht hatten, ist eben ein fundamentaler Katalysator. Ganz kurz nochmal diesen Gedanken hinsichtlich der institutionellen Nachfrage, warum die auch am zweiten, dritten Tag vielleicht sogar noch weiter anhalten dürfte, sofern sich diese Stärke dann weiter fortsetzt. Stell dir das grob so vor, du hast den Earnings Release zum Beispiel, oder irgendeinen fundamentalen Katalysator, und dann hast du entsprechend bei großen Investmentbanken, aber auch bei Portfolio-Managern, Vermögensverwaltung und dergleichen. Du hast einfach ein Research-Department und diese Analysten, die sitzen halt dann da, gucken sich dann den ganzen Tag dieses Who-is-Who der Unternehmen rund um den Globus an, sind vielleicht fokussiert besonders auf US-Aktien, sehen dann eben diesen fundamentalen Katalysator, eine starke Aktie, stark performt, und die gehen dann mit dann zu den Portfolio-Managern nachbörslich und sagen, schau mal hier, das war die News, so und so hat die Aktie daraufhin reagiert, eventuell ist das ja was für dich, für dein Portfolio, Aktien, die du entsprechend mit in deinem Portfolio aufnimmst, eine nicht so gut gelaufene Aktie ausstößt, das frei werdende Kapital dann reinvestieren in diese gut gelaufene Aktie. Und diese Verzögerung, dieser eine Tag, zwei Tage, je nachdem, der ist dann der Grund dafür, warum man auch am darauf folgenden Tag ein entsprechendes Momentum erwartet, auf solch eine starke Reaktion auf diesen jeweiligen Quartalsbericht beispielsweise. Du kannst dir das grob vorstellen, was so die Idee hinter dieser Herangehensweise, dieser Strategie eben tatsächlich ist. Und was wir dann tun wollen, ist, wir wollen mit unserem Trade uns in Richtung eben des Vortagesmomentums positionieren, und wir wollen uns im übertragenen Sinne an diese institutionellen Trader eben dranhängen, die diesen fundamentalen Game Changer, in dem Fall war es wie gesagt eher eine technische Reaktion an erster Stelle, die dann aber beginnen, ihr Geld eben von der Seitenlinie in die Aktie zu pumpen, und dann avisieren wir mit unserem Trade eben ein CAV von größer 5 zu 1 zu an. Also da kommen wir manchmal mit relativ kleinen Risiken rein, das wirst du auch gleich sehen, auch wenn ich da so ein bisschen auch mein Bauchgefühl vielleicht gehört habe an dieser Stelle, nachdem die ersten zwei Trades, der erste Trade besonders nicht so gut gelaufen ist, der zweite war ein Break-Even-Trade, wie du es gleich sehen wirst, und der dritte, da war ich dann willens nochmal ein kleines Risiko einzugehen, hat sich ein gutes CAV herauskristallisiert und ist dann auch tatsächlich aufgegangen, aber dazu noch später mehr. Wie gesagt, das CAV, Chance-Risiko-Verhältnis in diesem Fall, das kann 5 zu 1 und tatsächlich größer tatsächlich dann sogar sein. Ja, und dann starten wir gleich mal durch mit dem Trade. Also, übergeordnetes Bild, das wir uns anschauen, auf der linken Seite haben wir einmal mit diesem gelben Aufwärts-Trendkanal den S&P, aus dem wir ausgebrochen sind, wie du erkennen kannst, auf der rechten Seite die Qs, den Tech-ETF auf den Nasdaq 100. Nach starker Korrektur, beide, tatsächlich die Qs nochmal substanzieller, mit fast 20% Abschlägen in relativ wenigen Tagen, haben wir eine sehr starke Gegenbewegung bekommen, und zwar dann am Montag. Dieser Charakter-Change, also diese Veränderung im Charakter, die hatte sich schon bereits in der Vorwoche abgezeichnet, am Freitag in den Wochenschluss. Das hatte ich im Morning-Meeting zum Thema gemacht. Du hast das vielleicht gesehen. Ich hatte in diesem Zusammenhang, hatte ich zum Thema gemacht, nicht bezogen jetzt auf NIO, aber bezogen auf dann den übergeordneten Markt, hatte gesagt, naja, wir hatten am Dienstag und am Mittwoch, nachdem die FED dort dann entsprechend eben geldpolitisch nicht so geliefert hat, wie man sich erwartet hatte, beziehungsweise sich im Grunde genommen wie so eine Teflonflange präsentiert hatte, also das hat sich abherlen lassen, die Erwartungshaltung vielleicht, infolge der jüngsten Korrekturbewegung in Equities. Wir hatten eine relativ restriktive geldpolitische Haltung, die sich herauskristallisiert hatte nach der Sitzung im Dezember bereits. Das hatten sich dann zu Beginn des Jahres Spekulationen angeschlossen. Dass es vier Zinseinhebungen im Jahre 2022 bis Dezember geben soll. Dann gab es die Korrektur, hier in diesem Zusammenhang auch die Kommunikation der Verdoppelung, der Reduktion wiederum der Anleiheaufkäufe des QE-Programms, dass die bereits im März auslaufen. Und das hat den Aktienmärkten erstmal grundsätzlich nicht so geschmeckt, gefühlt. Also beziehungsweise man kann sich ja die Reaktion anschauen. Verweis kontinuierlich auf die Inflationserwartung, hat dann auch dafür gesorgt, dass eben die Markte immer sagen, naja, wir erwarten, dass die FED den Zins anhebt. Und dann kam die FED eben und hat nicht geliefert. Und dahingehend, dass sie dann auf diese Turbulenzen in den Aktienmärkten sich irgendwie besorgt zeigt. Denn grundsätzlich ist eigentlich bekannt, dass die FED hier Volatilität in den Aktienmärkten gering halten möchte. Dass sie eher für Aktien positiv sich äußert in diese Richtung. Und das ist ausgeblieben. Und das hat dann auf die FED nochmal auch am Donnerstag dann mit entsprechendem Abgabendruck darin resultiert. Das Spannende dabei war, und das hatte ich in diesem Morning-Meeting herausgestellt, das Spannende war eben, dass da irgendwie ein Algorithmus zugange war, möchte ich fast sagen. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wir haben an dieser Stelle immer gefühlt, jedenfalls in diesen drei Handelstagen, ab 20, 21 Uhr spätestens Abgabedruck gesehen. Und haben dann entsprechende Dynamik gesehen, die wir abgenommen haben. Und haben relativ schwach geschlossen. Und am Freitag hatte sich das komplett gewandelt gehabt, das Bild. Da gab es zwar wieder so einen Versuch, gegen 21 Uhr diesen Abgabedruck auf den Weg zu bringen, aber dann kamen Käufer rein. Und zwar so stark, dass wir sogar ein massives Reverse gesehen haben, welches uns dann hat sogar im Bereich der Tageshochs und auch im Bereich Region Wochenhochs schließen lassen. Und das war ein ganz klarer Charakterveränderung. Das war eine kleine Nuance, aber die war deutlich erkennbar. Ich hatte in Folge dessen am Montag schon gesagt, ich erwarte jetzt eigentlich für den heutigen Tag eher noch weitere Aufschläge. Das hatte auch dann damit zu tun, dass Apple zum Beispiel starke Earnings gezeigt hatte. Du erinnerst dich dran, Tutorial letzte Woche. Da hatten wir in diesem Zusammenhang ein Play, ein Earnings Play zum Thema gemacht. Ich hatte auch hier ein Second Day Play überlegt, aber da war ich mindestens so alt gewesen dafür. Ich war nicht schnell genug, diesen Trade zu erwischen tatsächlich gegen die 170. Aber die 170 hatte ich auch im Morning Meeting zum Thema gemacht. Konnte gehalten werden, also kurz runter geflasht, Rebit und dann haben wir von dort eben Follow-through gesehen und dann diese starken Vorgaben am Montag. Und ausgehend hiervon hat sich einfach gezeigt, kurzzeitig scheint es zumindest mal so ein bisschen seitens der Bären die Luft raus zu sein. Eventuell kommt nochmal ein Prankenhieb, aber das hängt auch jetzt ganz wesentlich davon ab, wie dann zum Beispiel die Big Tech Names noch Zahlen berichten. Also Microsoft hatte starke Zahlen, Apple hatte starke Zahlen. Zum Zeitpunkt dieses Tutorials kann ich schon sagen, Google hatte phänomenal gute Zahlen. Wir haben dann in diesem Zusammenhang auch noch Facebook auf der Agenda beispielsweise. Und all diese positiven News, die machen es eher unwahrscheinlich, dass wir nochmal einen Test der Tiefs zu sehen bekommen. Genau ausgehend hiervon haben wir dann auch den Volatilitätsindex, den WIX zurück unter 30 Punkte, sogar unter 25 Punkte fallen sehen. Und das ist alles in allem ein Umfeld übergeordnet, welches zeigt, wir sind eher wahrscheinlich jetzt im Korrekturmodus zunächst einmal. Also wirklich bolig sind wir noch nicht, aber das ist etwas übergeordnet, was dann auch auf Einzeltitel, besonders jene, die vielleicht sehr stark verkauft worden sind in jünger Vergangenheit, durchschlagen könnte. Und dann gucken wir uns natürlich die heißen Sektoren jeweils an. Und dieser heiße Sektor ist natürlich dank Tesla eben auch der elektrisch-viehliche Bereich. Eventuell sogar ganz explizit. Und hier in dem Zusammenhang fällt dann der Blick eben auf NIO, die nochmal stärker performt hat als eben Tesla. Wobei Tesla auch am Tag, von dem ich jetzt spreche, an diesem ersten Tag, an diesem Montag, 10% Aufschläge und mehr gesehen hat in den Tagesschluss hinein. Bei NIO waren es dann eben 15%. Und auch tradbar, wesentlich attraktiver, weil attraktiver ATR in Relation zum Spread, den wir beispielsweise haben, eine sehr, sehr saubere Struktur im Hinblick auch auf klar identifizierbare Level, gegen die man riskieren kann. Und deswegen also tradingtechnisch, ich persönlich präferiere einen NIO da im kurzfristigen Bereich. Bereich auf jeden Fall über eine Tesla, die einfach relativ schwer eben tatsächlich ist. Ganz kurz zu NIO selbst, zur Branche. Chinesisches Startup mit Sitz in Shanghai, das sich auf die Fertigung von Elektroautos spezialisiert hat. 2018 beschäftigte NIO weltweit mehr als 5000 Mitarbeiter an 19 Standorten. Du erinnerst dich vielleicht auch, ich hatte letztes Jahr schon einige sehr, sehr profitable Trades hier in Form von Tutorials im Kanal hochgeladen. Also da kannst du schon sehen, da hatte ich auch schon einen Fokus auf NIO tatsächlich geworfen gehabt. Und wie gesagt, der Impulsgeber, der in diesem Zusammenhang war, wir haben scharfes Reversal nach jüngstem Ausverkauf zu sehen bekommen. Der jüngste Ausverkauf begünstigt eben nicht nur durch diesen Tech-Meltdown, sondern eben auch im Hinblick auf diese regulatorischen Entwicklungen in China und dann in diesem Zusammenhang eben die Spekulation, dass da vielleicht die Listings stattfinden können. Wir erinnern uns an Didi, das ist dieser chinesische Uber-Konkurrent, kann man sagen, also dieser Fahrdienstleister Uber, den du vielleicht kennst. Und Didi ist da das chinesische Pendant zu IPO gesehen sehr gehypt gewesen und dann kamen eben Unregelmäßigkeiten, die sich schon vor dem IPO herauskostellisiert haben, die aber weggewischt worden sind. Dann kam der IPO, daraufhin haben die Regulierer in den USA begonnen, eben die Frage zu stellen, ob man das noch zulassen will. Diese Verwerfung, diese Spannung auch, die sich dort dann gezeigt haben zwischen der US-amerikanischen und chinesischen Regierung, haben dann auch für ein Deal-Listing von Didi zum Beispiel gesorgt. Und das geht nicht spurlos an anderen chinesischen Unternehmen, querstrich ADRs dann vorüber, ob sie jetzt solide aufgestellt sind, wie NIO beispielsweise, als vielleicht potenzieller direkter Konkurrent sogar von Tesla, im chinesischen Markt jedenfalls. Also weltweit, glaube ich, spielt Tesla weiterhin in seiner eigenen Liga. Aber grundsätzlich werden auch dann solche Titel eben in diesen Abwärtszug gezogen und sind dann im Moment allerdings, wenn sich herauskristallisiert, dass dieser global makroökonomische Treiber, in dem Fall Zins, Inflationssorgen und dergleichen, so ein bisschen entweicht, sind dann eben potenzielle Kandidaten für scharfe Gegenbewegungen, die sich auch über einige Tage eben ziehen. Und das ist eben die Idee hinter dieser Trade-Hypothese. Handelsvolumen 52,04 Millionen Aktien, vorbörsliches Handelsvolumen nur 2,9 Millionen. Ich brauche bei Second Day Place nicht zwangsläufig an dieser Stelle 10% des durchschnittlich gehandelten Volumens, was da umgeht in der Vorbörse. An der Stelle, du kannst dir die Aufzeichnung des Mornings anschauen. Ich hatte gesagt, irgendwas zwischen 2,5 bis 3 Millionen in der Vorbörse. Das würde mir schon deutlich signalisieren, dass da noch was potenziell kommen könnte, insofern wir bestimmte Schlüsselbereiche halten. Das hat ziemlich genau gepasst. 2,9 Millionen Aktien, Short Interest 4,55%, relativ gering. Shares Float 1,03 Milliarden, Stichwort Liquidität ausreichend verfügbar. Gap 2%, auch da muss es nicht größer 3% sein. Was ich in der Stelle natürlich interessant finde, ist, dass wir trotz dieses sehr starken Laufsamm-Vortage dieses Gap nicht nur halten, sondern sogar noch mal, also nicht nur dieses Gap halten, diese Aufschläge halten, sondern auch aufwärts Gap hinterherlegen an dieser Stelle. ATR liegt bei 2,17 Dollar, Institutional Ownership bei 38,9%. Also summa summarum einfach ein klassisches Second Day Play, welches sich anbietet. Und hier gehen wir jetzt einmal diese Trade Fundamentals Checkliste durch, die ich brauche, um die Aktie dann, in dem Umstand, dass sie potenziell auch heiß ist, eben tatsächlich für mich als Trade in Betracht zu ziehen, beziehungsweise als Basis für eine Trade-Hypothese. Vortagesschlussgröße einer ATR. Wir haben eine Handelsspannung am Vortag gesehen von 3,04 Dollar. Bei einer Aktie, die um 20 Dollar notiert, weißt du, 3 Dollar entspricht 15%. Weißt du, wie ich da auf diese Zahl komme. ADTV, also Average Daily Trading Volume, durchschnittlich gehandeltes Handelsvolumen pro Tag, 52,04 Millionen, größer 1 Million an dieser Stelle. Also auch hier ausreichend Liquidität verfügbar. Dann in diesem Zusammenhang haben wir einen Vortagesschluss gesehen im Bereich der Tageshochs. Ich habe 5 Cent oder sowas unterhalb der Tageshochs tatsächlich geschlossen. ATR 2,17 Dollar an dieser Stelle ist größer 1 Dollar. Auch hier also für mich passabel, beziehungsweise tradebbar. Ich habe klar identifizierendes Risiko, das wird gleich im Laufe des Trades klar. und CRV ist größer 5 zu 1. Das R-Multiple des Trades, kann ich jetzt schon sagen, war nur knapp größer 3 zu 1, aber das hat damit zu tun gehabt, dass sich das aus den drei Trades summa summarum errechnet hat und der erste Trade eben ein Fehltrade war. Der Trade, der dann die Performance gemacht hat in diesem Fall, hatte in dem Fall tatsächlich sogar ein R-Multiple im Bereich um 5, also wie ursprünglich erwartet. Oder beziehungsweise wie aus meinen Aufzeichnungen bekannt. Schauen wir mal auf das technische Bild. In dem Fall langfristiges Bild. Also NIO, wir hatten das jetzt schon 3-4 Mal gesagt, deswegen ist das eigentlich relativ zügig gemacht. NIO mit einer Beschleunigung nochmal auf der Unterseite. Wir kennen hier diese Abwärtssequenz. Wir hatten schon im letzten Jahr, das war das Zeitfenster, wo ich sie auch aktiv gehandelt habe. Besonders hier dieser Flashdown auf der Unterseite, auf der Short-Seite dann. Das war ein Umfeld, in dem die Aktie mega heiß war. Elektriere Vehicles grundsätzlich, mega Hype, auch rund um Tesla und so weiter. Und Allzeithochs markiert, knapp unterhalb von 70 Dollar. Dann übergerollt und in der Zwischenzeit jetzt fast eine Korrektur von 70 Prozent gesehen. Also hat sich ausgehend von diesen Allzeithochs mehr als halbiert, beziehungsweise in dem Fall notiert eben fast 70 Prozent unterhalb dieser Allzeithochs. Eigentlich kein starkes Umfeld, aber grundsätzlich ein solider Titel. Besonders auch vor dem Hintergrund, dass die Aktie am Tag, als dieses Playdown auf den Weg gebracht hat, ganz solide Delivery Numbers auf den Weg gebracht hat. Etwas weniger als 10.000 Elektromobile ausgeliefert im Januar. Das ist eigentlich eine grundsätzlich starke Zahl an dieser Stelle. Also für das Unternehmen zeigt, dass der Wachstumspfad weiter beschritten wird. Wachstum year on year, glaube ich, über 30 Prozent. Und das bedeutet also jetzt etwas anders formuliert, an potenzieller Kandidat auch diese Gegenbewegung zumindest weiter fortzuführen. Mindestens mal einen Retest hier, diese Abwärtstrendlinie eventuell auf den Weg zu bringen, die dann ungefähr verläuft, wirklich, im Bereich erst so round about 28, vielleicht sogar 30 Dollar. Also da ist durchaus noch einiges an Potenzial gegeben in diesem stark hier gebeutelten Titel tatsächlich. Und ja, soweit also zu den technischen Gegebenheiten überordnet. Also grundsätzlich bearish, aber sehr stark überdehnt. Grundsätzlich im Gesamtkontext eventuell sogar einer der Kandidaten, die am schärfsten bouncen könnten in dem Moment. Und dann kommen wir schon zum Gameplan für meinen Trade. Also die von mir identifizierten Intraday-Level sind einmal der S1, 24, der S2, 23. R1, R2, R3, 25, 26, 27. Die 25 spielt in dem Zusammenhang eine ganz wesentliche Rolle, weil da habe ich 50 Prozent der Position rausgenommen. Dann auch in dieser Region, den zweiten Teil, nachdem ich gesehen habe, dass der Follow-through in Richtung des R2 bis 26 nicht stattfindet. Und ich hatte dann zwei Szenarien formuliert gehabt, nämlich zum einen den Flush zur Eröffnung. Also die 24 kann gehalten werden bei solch einem Flush-Szenario. Etwas tiefer die 23. Dann möchte ich mich long positionieren mit Ziel 25+. Stop ist 20 Prozent der ATR. 40 Cent also. Wir erinnern uns, 2 Dollar. 2,17 an der Stelle ATR. 20 Prozent davon sind eben roundabout 40 Cent Risiko, die ich maximal eingehen möchte auf so einen Trade. Wenn wir einen starken Opening Drive zu sehen bekommen, über 25. Wir können uns oberhalb zu sehen bekommen. Und über WeWarp, dann möchte ich long gegen WeWarp sein. Aus enger Konsolidierung. Das war durchaus ein realistisches Szenario mit diesem Opening Drive über 25, weil wir uns schon bereits zur Eröffnung hier um 25 gehandelt haben. Also die Vorbörse war sehr stark. Wir haben glücklicherweise, möchte ich jetzt im Nachgang sagen, diesen Flush zu sehen bekommen, weil der CAV-technisch sich dann besser hat umsetzen lassen. Aber dieses zweite Szenario war zum Zeitpunkt, als ich diese Gameplans für mich formuliert habe, definitiv ein Szenario. Und jetzt kommen wir zu was ganz Tolles bei der ganzen Sache. Deswegen habe ich mich auch sehr auf dieses Tutorial wirklich gefreut, weil es hier mal so ein Paradebeispiel war. Und zwar am Montag, am Abend, da hatte der Crash hier in unserer Discord-Community eine Frage ganz explizit zu Nio gestellt. Ich hatte Nio gar nicht so sehr auf dem Schirm. Also mein Fokus lag wirklich auf dem Marketplace, besonders auf der Apple an dieser Stelle. Und ich habe abends dann, nachdem ich vom Sport wieder nach Hause gekommen bin, nochmal kurz in die Discord-Community geschaut und geguckt, was ist passiert denn hier alles so? Hat jemand was geschrieben und dergleichen? Und dann sah ich ihm diesen Post und dann dachte ich mir auch, weißt du was, machen wir doch einfach mal an der Stelle eben heute Nio zum Thema im Morning Meeting, basierend auch auf Tesla beispielsweise. Ja, und was haben wir dann in diesem Zusammenhang zu sehen bekommen? Dann haben wir in diesem Zusammenhang zu sehen bekommen, dass sich eine Trade-Hypothese, also ich habe dann gesehen, dass sich da eine Trade-Hypothese tatsächlich formulieren lässt an dieser Stelle. Habe diesen Gedanken auch im Morning Meeting aufgegriffen, hat er das schon relativ detailliert beschrieben, habe dann den Gameplay eben formuliert. Und, lange Rede, kurzer Sinn, dieser Einwurf in unserer Discord-Community war im Grunde genommen die Basis, der Grund, warum ich mich mit dem Trade auseinandergesetzt habe, eben für dann mein Setup für diesen Tag und hat zur Profilabilität des Handelstages beigetragen. Das ist so ein perfektes Beispiel eigentlich dafür, warum ich diesen Austausch in Communities einfach immer wieder eben nicht nur selber unglaublich gut finde, sondern auch allen Wärmsinsatz-Härtel die Gedanken dann immer entsprechend zu teilen, weil du wirst durch diesen Austausch auf Setups aufmerksam, die du vielleicht sonst nicht sehen würdest, auf die du nicht aufmerksam würdest. Und die können wirklich den Unterschied machen dann zwischen einem profitablen und einem nicht profitablen Tag, einem Tag ohne Trade beispielsweise. Also, ich lade dich herzlich ein. Den Link findest du unterhalb dieses Videos in der Discord-Community vorbeizuschauen, dir die Gameplans anzuschauen. Den findest du übrigens dann hier rechts. Also, das heißt, da ist dann mein Post direkt unterhalb dieses Tweets für den jeweiligen Handelstag. Mit dem Gameplan zu NIO, das sind die Gedanken nochmal, die ich im Morning Meeting schon formuliert hatte und dann eben hier formuliert hatte. Naja. Kommen wir zum Trade Management. Schauen wir auf den Trade. Und wir sehen schon hier den Flush zur Eröffnung, dann entsprechend hier auf der Unterseite dieser Flush-Moment in Richtung der 24, beziehungsweise auch dieses leichte Überschießen. Ich hatte im Morning Meeting gesagt, der Two-Day-Webop, das ist diese orangefarbene Linie, das ist auch eine Region 23,80. Vielleicht gibt es ein kleines Überschießen in dem Moment, aber das wäre vielleicht auch ein Bereich, gegen den man sich long positionieren könnte. Ich hatte dann zu diesem Zeitpunkt, hatte ich so ein bisschen, habe mir so ein bisschen die Frage gestellt, will ich hier so aggressiv reinhalten und habe mich erstmal so ein bisschen zurückgehalten tatsächlich. Ich hatte gesagt, ich sparte erstmal ab. Es ist auch von meinen Hinten bekannt, das ist erstmal nur ein Gefühl, ich habe dazu keine Statistik, aber ich habe das schon öfter beobachtet, dass auf solche Delivery-Numbers, die eigentlich solide waren, dass auf solche Delivery-Numbers dann nicht selten auch stärkere Abgabedruck sich darstellt und meistens vielleicht sogar ein komplettes Reversal der Gewinne, nicht komplett, aber zumindest ein Teil auf den Weg gebracht wird. Deswegen war ich an der Stelle noch nicht so aggressiv gegen diesen Bereich unterwegs. Was ich dann sehen will nach diesem Flush-Szenario, ist eben, dass wir hier den WeWarp zurückerobern. Also das heißt, wir sehen dieses Überschießen und dann sehen wir auch eine sehr starke Reaktion, den Rebit über die 24. Das war noch nicht das Signal, dann war CRV-technisch noch nicht so optimal für mich. Ich möchte dann an der Stelle Folgendes sehen. Ich möchte dann an der Stelle sehen, dass wir den WeWarp zurückerobern und dass wir den halten können und riskiere dann gegen die 24. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Also, beziehungsweise die Idee, die These als solche, die war gut, aber was mir in dem Zusammenhang, ja, was ich nicht gut gemacht habe, war, es war einfach zu schnell. Also ich muss an der Stelle einfach eine klarere Stabilisierung oberhalb von WeWarp abwarten. Und genau in dem Moment, wir werden es gleich in der Nachbetrachtung sehen, muss ich mir im Nachgang wirklich die Frage stellen, ob das so eine Art FOMO war, so eine Art of Fear of Missing Out, auf diese Stärke des Vortages, dass ich so eine Angst hatte, dass mir der Trade jetzt wegläuft, wenn wir den WeWarp zurückerobern und wenn wir eben nicht diese Konsolidierung oder diesen Retest sehen des WeWarp. Und deswegen, glaube ich, war ich da zu schnell. Das war also potenziell eine kognitive Verzerrung an der Stelle, die ich da unterlegen habe. War ein kleines Risiko. Also ich habe an der Stelle gegen die 24, 23, 95 riskiert. Entry war um 24, 20. Pi mal Daumen, also knapp oberhalb von WeWarp, das waren 30 Cent. Das war vertretbar. Das war jetzt nicht, das war kein Kapitalkurven-Lochreißer in Anführungsstrichen oder Konto-Lochreißer. Das war es nicht. Dafür habe ich es nicht aggressiv genug getradet. Aber es ist zumindest mal so, dass ich hier mir die Frage stellen muss, warum will ich an der Stelle so aggressiv gegen WeWarp sofort traden und warte nicht erstmal ab, ob wir dieses Level halten können, welches ja nicht gehalten werden kann. Wir sehen, wir rollen nochmal über, wir flaschen nochmal drunter. Jetzt wird es aber interessant, denn jetzt kommt nämlich hier genau der zweite Trade, den ich da gemacht habe, ohne Parameter. Wir werden es gleich in der Nachbetrachtung sehen. Du siehst dann die Punkte, Hauptfokus soll hier tatsächlich auf dem großen Trade in Anführungsstrichen oder dem dritten Trade liegen. In dem Fall war es so, wir sehen also nochmal den Flasch unter die 24 und jetzt sehe ich, wenn du ganz genau hinschaust, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier so gut erkennen kann, aber wenn du ganz, ganz dicht von dem Bildschirm gehst, dann siehst du an dieser Stelle, dass diese Orange-Warm-Linie hält. Das ist der Two-Day-WeWarp. Also das ist der durchschnittlich vom Markt bezahlte Preis, ausgehend vom gehandelten Volumen. Also das ist das Niveau, was eben ausgehend vom Volumen eben hier seitens des Marktes über den Vortag verkauft oder gehandelt wurde. Und was ich jetzt interessant finde, ist in dem Zusammenhang, wir haben halt ein Two-Day, ein Second-Day-Play. Also das bedeutet, etwas konkreter formuliert, dieses Second-Day-Play hier an dieser Stelle, das ist, dann orientiert sich an der Price-Action auch des Vortages und an dem Preis, der durchschnittlich vom Markt bezahlt worden ist. Dass der hier gehalten wird, das fand ich sehr interessant, weil ich habe jetzt hier ein klares Level gegen, dass ich es riskieren kann und ich weiß auch zu dem Zeitpunkt genau, was ich sehen will, nämlich eine Rückerbung von WeWarp, den wir haben ja hier im ersten Moment nicht halten können. Und demnach habe ich hier dann einen zweiten Trade eben eingeworfen, knapp unterhalb der 24, mit einem ganz engen Stopp unterhalb hier, eben des bis dato sich ausgebildeten Tuner, der 2380 an der Stelle. Hat das ein ganz kleines Risiko mit dem Ziel Rückeroberung von WeWarp und als ich dann sehe, dass dieser nicht zurückerobert werden will, da weiß ich auch, der Stopp, der wandert jetzt auf Break-Even. Ich nehme den Trade in dem Moment raus und das war keine schlechte Idee, weil wir rutschten nochmal tiefer. Das war dann der Moment, da dachte ich mir schon so, das war es eigentlich. Also die Struktur gefällt mir hier gar nicht. Wenn du ein Second-Day-Play hast, wenn du siehst, dass institutionelle Nachfrage reinkommt, dann willst du das eigentlich, also willst du maximal dieses Flush-Szenario sehen und dann aber auch eine Rückeroberung von WeWarp, dass das jetzt zweimal nicht gelingt, das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Wir laufen dann in Richtung der 2360 nochmal, der Tag ist tief, unterschreiten die ganz knapp, aber wir pushen nicht tiefer. Also das heißt, wir können uns dann relativ stabil eben präsentieren. Ich habe auch den breiten Markt auf dem Schirm gehabt, ich hatte einen Tesla auf dem Schirm, beispielsweise vielleicht so als eine Art Sympathy-Play irgendwie. Das sah nicht so schwach aus, ehrlich gesagt, das ist ja, was wir da zu sehen bekommen haben. Und dann habe ich eben jetzt den Trade, und wie gesagt, das war so ein Bauchgefühl, wie gesagt, das muss ich mich im Nachgang fragen, war es begünstigt durch den Umstand, dass ich gesagt habe, in Anführungsstrichen, was kostet die Welt? War das ein Gedanke, der da eine Rolle spielt? Ich hatte vorher einen hochprofitablen Trade in Apple, den hatte ich hier vorgestellt gehabt, da kosten dann an der Stelle, das kostet nicht die Welt, das sind nochmal 20, 25 Cent Risiko an der Stelle, mit einer adäquaten Positionsgröße, ist das durchaus mal ein Versuch wert. Nicht duplizierbar ist es deswegen wahrscheinlich auch, das muss ich mir ganz klar auch sagen, wir handeln an dem Stelle, wo ich den Trade eingehe, unterhalb von 2-Day-WeWop. Wir handeln unterhalb des WeWops. Du willst eigentlich die Rückerobung von WeWop an der Stelle eben sehen, mindestens und das halten, so wie ich es im S-Trade gesehen habe. Da muss ich mir wirklich die Frage stellen, ob das ein duplizierbarer Trade eben wirklich ist, ob es an der Stelle wert ist. Ich denke, das CAV ist attraktiv. Wenn wir aus diesen Gefilden, wie wir es dann zu sehen bekommen haben, den Run in Richtung 25 sehen, zahlt der dich vielfach dafür aus. Ich habe den Trade genommen, deswegen hier auch dann entsprechend eben der dritte Versuch, Entry Long 23,80. Stop liegt unterhalb des Datums sich ausgebildeten Tagestiefs, wo ich weiß, wenn wir da drunter gehen, sind wir sowieso falsch. Das ist ein 25 Cent Risiko und ich habe ein klares Szenario, was ich sehen will. Ich will die Rückerbung von 24 sehen, ich will die Rückerbung des WeWops sehen, ich habe dann zu dem Zeitpunkt schon ein R verdient, kann den Stop auf Input dran sein, Break-Even trailen. Wir sind an dem Moment auch knapp unterhalb der 24, die ich ja sowieso gehalten sehen möchte, erinnere dich an den Gameplan, den ich formuliert hatte. Und oberhalb dessen, ich dann willens bin, auch mich Long zu positionieren. Also da fällt vieles, ja, er fügt sich einfach. So möchte ich das vielleicht mal an der Stelle formulieren. Ich habe den Trade dann eben hier genommen, sehr zügig sofort die Rückeroberung von WeWop zu sehen bekommen und dann war es eigentlich ein Trade, der hat sich selber gemanagt. Ich musste da nicht besonders viel mehr machen. Ich habe dann an dieser Stelle einfach mein Exit 50% gegen die 25 rausgenommen, nachdem wir hier uns ein bisschen hakelig präsentiert haben. Was dann interessant wurde war, wie manage ich jetzt die zweite Hälfte? Jetzt kommt die ATR ins Spiel. Wenn wir von der 23,50 ausgehen und wir sehen hier auf der Oberseite einen Lauf, der dann bis zum Tageshoch, ungefähr sich bis 25,20 erstreckt. Dann sind wir noch keine ganze ATR gelaufen, aber wir laufen langsam in die Gefilde. 80, 90% einer ATR, im übertragenen Sinne einem Zug, in einem eigentlich nicht ganz so optimalen Szenario von Second Day Play. Und dann fange ich eben an zu überlegen. Ich habe meinen zweiten Take Profit 50% hier schon vorgefertigt gehabt, auf der 26. Stellen wir dann aber die Frage, wie genau müsste sich das Bild jetzt darstellen, dass ich die Position weiter halten will? Und dann will ich eigentlich sehen, dass wir kurz oberhalb der 25 konsolidieren, die in der Lage sind zu halten und dann eigentlich weitermarschieren. Ich möchte ungerne sehen, dass wir hier jetzt nochmal überrollen, weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, im Gesamtumfeld auch, dass wir nochmal den Retest des Pre-Worps zu sehen bekommen. Das habe ich zu dem Zeitpunkt gedacht. Also das hat sich dann wirklich dann auch so herauskristallisiert. Also ein guter Read, also auf jeden Fall auf den Markt gewesen. Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kann ich denn dann die zweite Position dennoch möglichst aggressiv stopptechnisch managen? Und du erinnerst dich, in dem Apple Play hatte ich bei dieser starken Extension den EMA 9 herangezogen. Dem Trade jetzt hier in NIO wollte ich ein bisschen mehr Luft geben. Und da ist dann der EMA 21 eine ganz gute Herangehensweise. Das ist die rote Durchschnittslinie, die du hier siehst. Und wo ich dann sage, wenn wir da drunter fallen und unterhalb uns erhalten können, dann möchte ich an der Stelle eigentlich den Trade geben. Da war der Drop drunter und dann habe ich die zweite Hälfte, hier kannst du es erkennen, dann eben mit dem Rollover, so nennt man das dann, entsprechend rausgenommen. Das war also der Bereich 24,88, glaube ich, 24,90 so in dem Bereich. Und ja, also so dann an der Stelle eben das Trade Management an dieser Stelle. Ich habe dir hier nochmal die Ausführung vorbereitet. R Multiple hatten wir gleich, 3,29 zu 1. Hier sind nochmal die Ausführungen gewesen. Also du kannst hier diese einzelnen Punkte erkennen, da der erste Entry, den wir gewählt hatten, das war diese Rückkehrung von WeWarp, dann ist der Flushout hier unter die 24. Dann hier nochmal der Entry, da ist ein ganz kleiner grüner Punkt, du kannst das erkennen, im ähnlichen Bereich, in diesem Bereich, der dann Break-Even rausgegangen ist. Und dann haben wir eben hier in diesem Zusammenhang gegen diese Tiefs da unten, da siehst du, wir haben den zweiten Entry mit einem Stop unterhalb Initial der 23,55 mit den Exit-Punkten hier oben, beziehungsweise dann hier bei dem Rollover, knapp um 24, 24,85 glaube ich, war es dann irgendwo so was in dem Bereich. Es soll aber weniger um die Ausführung gehen, als eher darum, was habe ich gut gemacht und was kann ich besser machen. Also, was ich gut gemacht habe, was ich auf jeden Fall weiterhin eben machen werde und was auch aus den diversen Tutorials, glaube ich, im Laufe der letzten Zeit hier bekannt sein dürfte, ist, dass ich sehr, sehr viel Arbeit in die Vorbereitung des Handelstages eben lege und in die Formulierung meines Gameplans, um dann eben top vorbereitet in den Handelstag zu gehen. Das hat mir wieder sehr gut gefallen. Ich hatte einen sehr guten Fokus, ich war sehr geduldig, also sehr geduldig im Hinblick eben auf die Rückgörbungen von WeWarp an dieser Stelle und dem Halten im ersten Trade, auch wenn der, wie gesagt, eigentlich ein bisschen zu zackig war beziehungsweise einfach zu schnell eigentlich gefühlt war an dieser Stelle, dennoch hat es einiges an Geduld erfordert, eben an dieser Stelle dann sitzen zu bleiben, auf den Händen sitzen zu bleiben und zu warten, bis sich das Bild so ergibt, wie es sich ergeben sollte, was dann aber auch nicht so ganz funktioniert, weil es sich nicht ganz ergeben hat mit der Konsolidierung von WeWarp. Grundsätzlich hat mir beim dritten Trade das sehr gute, solide, ruhige Trade Management gefallen, wo ich auch einen sehr guten Read auf die Price Action schon beim zweiten hatte, tatsächlich, wo ich gemerkt habe, ich habe hier ein Feel für den Markt, also ich habe mich von dem ersten Fehltrade in Anführungsstrichen nicht unterkriegen lassen, sondern ich habe weiter den Fokus beibehalten, ich war an dieser Stelle mir darüber im Klaren, was da wahrscheinlich falsch gelaufen ist, schon im Feuergefecht an dieser Stelle, habe mich aber weiter eben auf den Markt konzentriert und habe dann an der Stelle eben das Halten von Today WeWarp gesehen, habe da den Break-Even, den Trade rausgenommen, eben als der WeWarp nicht zurück hat erobert werden können und selbst das hat dann erstmal natürlich so einerseits zwar dafür gesorgt, dass ich mich so ein bisschen gefragt habe, ob es das schon war für heute, will ich da die Long-Seite noch wirklich spielen, weil die Price Action nicht so optimal ist und habe dann aber dennoch eben, ja, habe dann eben dennoch den Trade gemacht gegen die Teams, der sich dann als Game-Changer für den Tag herauskristallisiert hat, wo ich mir aber jetzt wiederum die Frage stellen muss, war das eventuell begünstigt durch einen ehemals ausgeführten Trade, also im Hinblick eben auf Anführungsstrichen der Gedanke, was kostet die Welt beziehungsweise, dass da so eine Sorglosigkeit eben tatsächlich drin war. Das ist hier der zweite Punkt, wenn ich davon schreibe, detailliert ist Research, ob diese Low Probability, also eigentlich kein sauberes Setup, wie gesagt, Low Probability bedeutet geringe Wahrscheinlichkeit eigentlich, dass dieser Trade aufgeht, weil wir handeln unter Today WeWarp, wir handeln unterhalb des WeWaps, rechtfertigt da das Chance-Risiko-Verhältnis hier an dieser Stelle, rechtfertigt das dann ein Trade aus dieser Perspektive, ist das plus EV. Diese Betrachtung als solche, ist aber nicht alleinstehend nur jetzt möglich, sondern die erfordert wirklich tiefgehendes Research, also plus EV bedeutet, hat das einen positiven Erwartungswert, ist das eine profitable Handelsentscheidung, denn an der Stelle muss ich mir natürlich jetzt auch klar machen, ich habe den Trade gemacht, hat dafür gesorgt, dass ich einen profitablen Handelstag hinter mich gebracht habe, das sorgt für eine mentale Ausgeglichenheit, auch für die kommenden Handelstage, da habe ich wirklich so ein bisschen, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen gerade tatsächlich und das erfordert noch ein bisschen tiefer gehende Betrachtung an dieser Stelle, ob der Trade, ob ich mich da zu hart geißel oder ob ich da wirklich vielleicht eine gute Entscheidung getroffen habe, also das ist etwas, das siehst du mit dem Blick auf die Entwicklung im Prozess, ein größerer Trader zu werden oder beziehungsweise als Trader zu wachsen, einfach was du, weswegen es so wichtig ist, sich von diesen monetären Aspekten zu lösen und sich dann eben auf die nicht monetären Aspekte in dem Fall eben auf den Wachstumsprozess zu fokussieren. Punkt 1, wie gesagt, geduldiger am ersten Trade, teilweise FOMO, das würde ich mir unterstellen an der Stelle, so Angst, diesen Trade zu verpassen, wenn wir weiter laufen an dieser Stelle und sorge, dass es zu keiner engen Konsolidierung überhaupt eben tatsächlich kommt. Also, eine Menge, die der Trade auf jeden Fall geboten hat, eine Menge an Möglichkeiten, mein Trading zu hinterfragen, mein Trading zu verbessern. Für den nächsten Trade ist es eben tatsächlich dann besser zu machen, sofern es die Möglichkeit dazu gibt, es etwas besser zu machen. Ich werde dich auf jeden Fall up to date halten, wie mein Entwicklungsprozess hier sich weiter darstellt. In den Namen der folgenden Tutorials werden wir mit Sicherheit darauf nochmal zurückkommen. Und ja, soweit meinerseits. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like hier, dann abonnier gerne den Kanal und wenn du einen Kommentar hast, lass ihn gerne unterhalb des Videos. Meinerseits sei es das soweit für dieses Tutorial gewesen. Ich wünsche dir Happy Trading. Pass auf deine Stops auf. Bis zum nächsten Tutorial. Wir sehen uns im Orderbuch. Hab dich wohl. Mach's gut. Bis dann. Und tschüss.